Willkommen zu Österreichisch Kochen. Heute mit dem Klassiker, eigentlich das Wiener Schnitzel. Halten wir uns also ans Originalrezept. Es geht los mit Fleisch. Was für Fleisch ist das? Wir haben hier Kalbs-Schnitzelfleisch. In Österreich ist das der Naturteil. Wenn man dieses Schnitzel vom Metzger seiner Wahl in der Schweiz haben möchte, müsste man sagen, zwei Schnitzel oder vier Schnitzel vom Beckel, vom Kalbsbeckel. Wir klopfen das gleichmäßig zwischen zwei Folien. Im Haushalt ist das der Schnitzelklopfer. Dann ganz kurz unter das kalte Wasser und dann salzen und pfeffern. Und dann wird das Schnitzel nicht waschen. Das ist jetzt wahrscheinlich einer von diesen Profi-Tipps, den ich selbst zu Hause nicht gemerkt hätte, weil beim Panieren kann ja so meistens, oder vieles kann schief gehen, wenn man eben solche Sachen zum Beispiel nicht weiß, oder? Es sind vier, fünf Sachen, die man eigentlich beachten sollte. Aber man sollte auch kein Drama draus machen, oder? Wichtig ist, dass man es gleichmäßig klopft. Wichtig ist vielleicht auch da die Feuchtigkeit. Wichtig ist, dass man Mehl, hier werden wir dann das Ei verquirlen mit der Gabel und Panierbrösel haben. Das Ei nur verquirlen, dass das Eiweiß auch noch die Chance hat, beim Aufgeben der Panier mitzuhelfen. Und dann kommt der letzte Punkt, die Temperatur des Fettes. Also auch hier nicht zu heiß von Anfang an, sondern es ist bei ca. 160 Grad langsam steigend. Ebenfalls gewürzt. Jawohl. Ausschließlich mit Salz und Pfeffer. Währenddessen, dass wir das beginnen zu panieren, unser Kalbfleisch, eben wie gesagt, zuerst Mehl-Ei-Brösel, lassen wir nebenbei das Fett warm werden. Beim Fett haben wir jetzt ein Teil Rapsöl und ein Teil Butterschmalz. Soll ich hier schon ein Ei reinklopfen? Ja, ruhig bitte zwei. So, hier geben wir zwei Esslöffel Sahne dazu. Warum? Das ist auch ein unglaublich feines Aroma, wenn das beim Backen dann mit dem Ei als Panier ums Schnitzel hängen bleibt. Jetzt geben wir noch unser Butterschmalz dazu. Jetzt werden wir es zuerst durchs Mehl. Was auch wichtig ist, dass man Panier, die ja jetzt entsteht, das nennt man die Panier-Danach, die Panade, dass man die nicht festdrückt. Das ist gut. Das ist gut. Also das ist jetzt das berühmte Schwimmen. Wichtig ist auch, dass man die Pfanne bewegt. Wie lange dauert das? Also wenn es goldgelb ist, sind wir richtig. Dazu gibt es Petersilienkartoffeln, auch wiederum sehr klassisch. Wir haben die vorgekocht, die werden ganz einfach mit Petersilie nochmals gemischt. Was wir heute verwenden, ist so Zitronenpapier, wo wir es einpacken. Das ist jetzt vielleicht noch. Das ist jetzt vielleicht noch. Wir verwieren es mit Reiselbeeren. Wann passt das dann so zusammen oder ist das auch so eine herbe Süße? So eine herbe Süße von einer Wildpreiselbeeren hat sich bisher bewährt, dass man zusammen ist. Das ist eine tolle Kombination. Wir sagen vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, danke fürs Kochen und wünschen mit dem Original Wiener Schnitzel einen guten Appetit. Mahlzeit! 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 Mahlzeit!